Lass sie leider und so und damit ein herzliches Kommen zu einem neuen Aufnahme Session von Final Fantasy 7 in der finalen Staffel endlich endlich als gegen die Brot antreten aber ich bin schon gespannt wie es so wird da auch der Wagen gut mit perfekten Bildern gestartet und zwar genau so ein Bild was meinen Kanal ungefähr beschreibt Optien sieht so aus als könnten wir hier nur runterrutschen wir reiten uns erst mal vor ich weiß nicht soll ich gleich im ersten Folge gegen ihn antreten aber kann ich auch fliegen oder ich teste erstmal ob ich gegen ihn antreten kann ja 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 gut alle Leute geht Los rutsche, du sollst nicht laufen, rutsche ok 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 boah ganz ruhig Speicherkristall halten hm was macht wohl ein Speicherkristall? Frage nur Frage mal kurz gucken Speicherpunkt Nordhöhle oh guck mal eine an, da läuft ja man Speichern holl hä? ja rutsch jetzt ok ok okay hä? ich 6 nicht woche ich hier runter? oh ah guck mal ich sehe ein Leben schon oh du sollst nicht geil wenn ich gewinne glaube ich zwei jahre eben dass die startung statt jetzt gewusst habe ich auch kein bieten bei ihm gesetzt weil die auch fliegen muss ich die arten schütze aufwerten so geht es also ich kann nicht alles brauchen das schon alle mal weg wir haben zu viel ich bin tot nein ja und schau alter neue staffel die erste stirbt cloud steckte klar wird frage ich da noch so die mensch warte 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 muss gehalten perfekt weil die zwei gegräte ich will da runter ach man die monster gehen auf den sack aber drache lieber drache ich will keine magie einsetzen drache also sei nicht so grün ich brauch das schwarze so wenig ab aber alt wie du ziehen die gargolz mehr ab als ein kleiner scheiß also ein kleiner scheiß aus dir mache ich drachen die flieger see der tat bestimmt die nein 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 ganz offen doch kann ich mich hier ganz ganz gut selbst mal geheilt auch nötig doch was soll denn der schreit ganz ehrlich gesagt warum kann das nicht nur kauf sein ja ja heilung bringt ich will nicht das ist voll unfair die durch nur zweimal angreifen ja ja auch das war's schon klatschig an die wand die verfehlt radianische angriff Das ist eigentlich gar die Ahnung, Schuppie. Ist das irgendwie so eine Blütengestalt? Glaube ich ja weniger, oder? Jetzt aber... Fies gegen Gache! Zutokasen! 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 Oh, das ist ja nicht. Feuer reproduziert! Ich glaube, Feuer könnte ich sogar verkaufen, aber das brauche ich gar nicht so. So, perfekt! Jetzt bin ich unten! Jetzt bin ich unten! Kann ich jetzt nicht mehr zurück, oder was? Wachsamkeit! Immer im Kreis! Immer im Kreis! Reidel, dreidel, dreidel, tete-te-te-te-te! Na komm! Ist das echt so, dass auf der dritten CD... Ne, gegen die Wicke-Kämme! Ist das echt so, dass auf der dritten CD... ...wirklich nur Kampf gegen sich rund ist? Beziehungsweise natürlich den anderen Schritt, den man machen kann! Also müsste der Kampf ja hier richtig gigantisch sein! Und man könnte ja noch... Keine Ahnung, äh... Normalerweise fehlen noch ein paar Bestie, ja das weiß ich! Und die müssen ja... Was war das? Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Und die Kitas sind... Achso... Komm schon... Kraft erhalten... So... Ja... So... Ja... Ja... Wo ging ich denn zuerst runter? Oder hinten? Nein, 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 da war eine Kiste! Bitte, bitte, bitte! Und raufklettert... Das kann jetzt ein bisschen dauern! Kleinen Moment, Kleinen Moment... Moment so... Tack, tack, tack! So... Genau! Tack, 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 tack! Hallo! Runter... Runter... Weiter runter... Oh Gott nein! Oh Gott nein! auch gegen die will ich nicht haben das dauert so lange bis die vom stein weg also steigen geheilt sind aber doch jetzt keine fünf minuten bis wir nicht mal angreifbar sind ich habe auch besseres mit meiner zeit zu tun mal gucken was dann kreis wir eine geist allen wo ich wusste mich voll auf so und die kiste um die haben ich glaube dass ein bespannendes drin ist aber die gehen dann gehen wir langsam weg auf den zünder ok und dann noch von hinten angriff von hinten ja wie schießt das denn los konnte genau para schwan das könnte man auch anders zu nennen ja tschüss tschüss hallo wie habt ihr denn ja immer auf klaut meine er hat zwar verteidigen aber er hat ja immer auf klaut alter wie viele haben die geht doch so so da warum ist es die limitzeile schon immer blau gewählt von dem ich glaube ich daran so also wenn sich heute da unten wirklich auf uns schon wartet ich glaube nicht dass ich gegen ihn gewinnen und wenn wir verlieren was natürlich nur ein traum macht und sonst schon ruhig zu sagen der mission was los 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 geister kapitel oder so dafür lohnt es sich gar nicht dafür lohnt es ich bin gespannt hier aussieht oder ob danach noch was kommt oder sich wissen ich habe auch nicht ausgetest ob ich danach weg fliegen könnte so viele höhlen was wirst du für eine meine produziere jetzt mal ist da oben komme ich erstmal nicht hin hier ist eine höhle das wollte ich hören ich kriege auch nur so was nichts anderes kraft geist und alles er kommt ja ich erledige dich in das war ja nicht mehr ich habe keine lust zu ultima und tschüss ich zeige ihm mal die ultima die batakke doch hier auch mal wieder schlucker Tschüss! Genau! Taube Auslösung! Ähm... Achso! Ich dachte, da kommt was Schlimmes! Tschüss! Sooo! Ich muss mal ein Tima-Wir wechseln! Gegen Sie freut mich auf jeden Fall mit sich verkämpfen! Sooo! Hallo! Wachsamkeit! Oh, das geht doch nicht! Pass auf! Ähm... Und zwar... Verwenden! Schaube! Wachsamkeit! 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 Kraft! 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 Alles auf! Denjenigen, der sich Hirot aufhalten soll! Wurde ich noch nicht vergessen! Naja... Hellentrank! Das macht der nicht! Das macht der nicht! Ah, der hat doch eine Kampfkraft! Das war so... Was gibt's nicht! Alles gibt's nicht! So ein halber Ehegarten! Als ich das erste Mal hier war, sah es auch nicht so aus! Oh, zwei! Scheren Kick! Na, die erste Mal hier! Das war's! Das war's heute! wenn ich heilen soll das ist von der gewesen, glaub ich Geld hab ich auch ohne Ende soll ich hochspringen? rechte oder links? immer links lang ja, und wie sie sehen, sehen sie nichts, ne? äh, muss ich hier nicht lang? hä? verstehe ich nicht pass auf ok ok nein ok kann ich hier nicht hoch? hä, wo geht's lang? hä? verarsch mich doch jetzt nicht hä? äh, bin ich hier falsch? ja, ich glaub, ich muss da falsch sein komm, komm mit dir lustige sind die ersten drei folgen, wo ich wirklich sich worauf suche und in der vierten schon sterbe was ist ja so klasse mach mal nicht mal mich heilen du schlapfahn mann äh, okay glaub ich muss da nicht runter, aber wie komm ich da hin? so nicht so auch nicht ich muss da runter ich will da runter oh, warte ich kann hier irgendwie runterspringen nein, der ist gerade wie so von hinten an, ey, na super, ey, heute läuft ich sehe fast tot fast tot heil uns einfach attacke einfach angriff hauptsache, die, die kleinmäßig haben eine gute verteidigung als dieses, äh, zwei bein mit den vier scheren da auch, ziemlich logisch tschüss stirb 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 runter stirb ich glaube mal, wenn ich mit den anderen angegenganget habe, werde ich noch konnte rausnehmen, äh, werde ich dieses schütze rausnehmen, das hat nämlich einen Sinn los grüß tschüss die boom war sich mal viel, dass ich riechär, da rieche ich riechär, ich riechär, ankН So, ich muss mich mal kurz anders positionieren, ich hoffe, oh, oh, ich hoffe, es funktioniert so, ehrlich. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es heilt die göttliche Kraft!